Hey, ich habe etwas erfunden. Ich habe gesagt, mach es. Das heisst, ich habe etwas erfunden. Erfunden. Also, er hat etwas erfunden. Ich bin gespannt. Das ist dein Publikum. Wow. Wow. Ja. Ich bin nicht sicher, ob das reicht als Choreograf für Beyoncé, aber... Nach vier Tagen geworden ist das ein staunlich, was du da ausdenkt. Großartigen Applaus für Marco Mazzotti. Und großartigen Applaus, dass die solche Sachen mitmachen. Also, wir müssen jetzt das ganze Lied lang machen. Okay, also jetzt. Eins, zwei, drei. Schon fast einwand. Du möchtest du rede so verstanden und tweeting ist einять ok", Wenn du sieg'n Trieb, sie steh'n sieg'n Kopp'r'n Bibel, weiss' ich, Bid, zweit'n sieg'n Kopp'r'n Bibel. Ich schau'n'n Bräden, du Faschi, re-kombinier' und unter'n Geschmied'n, aufleid'n mit Räu'n Dugg'r'n Schipot'n, im Schülr'n Glock'r'n Dugg'sl'n Schurr'n Woll. Ich schau'n Koppel, ich schau'n Koppel, wie die Wadde und Schau'n Koppel, ach'n und ach'n, schau'n Koppel, wenn die Endpost'n Koppel. Ich schau'n Koppel, 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 Musik 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 Musik